ja hallo und willkommen zurück bei der ja ich wollte schon wieder der herr der ring hier sagen wir sind bei star wars the old republic wir haben eindeutig zu viel als der herr der ringe aufgenommen das letzte mal so wir sind heute in anchorhead die pvp folgen sind vorbei der phoenix musste leider weg entsprechend sind wir nur noch zu dritt wir haben rewa rest du lani und mich was war das denn cooles geräusch muss man sagen und wir werden uns auf jeden fall die helden plus vier mission vor knüpfen wenn wir schon so einen starken spieler dabei haben schade das auf keinen fall ich denke die wärmer vor ich habe keine ahnung die werden wir erst mal zur rechten zeit du lani die botschafter annehmen ach nee komm lass mal komm ist ja nur für die wo ist das für mich hier oben in englager eigentlich rechts oben ach so zur botschaft der republik ja die helden kraft sein ja warte mal ich muss erst mal finden wo ist denn wo ist denn eigentlich der questreiter ich finde ich gerade nicht so lange nicht gespielt sage ich doch naja genau alles klar dankeschön so dann hieß diese quest wie hieße denn elvie quest suche und rettung so vielleicht bei tatooine helden rettung nötig ist für uns schon fast zu niedriger und ja jetzt machen wir das kann auch vor auf jetzt sowieso jede question mitnehmen auf geht es dialog viele am besten ja am besten jede quest und am besten jeden dialog das ist eines der besonderen features das spiel ist das heißt dass wir das letzte am ende 2000 folgen umfasst auch das möchtest du ja unbedingt nein ich will 10.000 folgen ich möchte ich möchte das ja nicht ja weil du weil du weil du nur ein dummer klicker bist klicken annehmen fertig und das wenn hier so eine story eingebaut wurde wenn sich das so extrem mühe gegeben würde gehört das einfach dazu dass man das mitnimmt punkt die taxiplattform sind geöffnet so sandstrom ich wünsche ihnen ein sicherlich und angenehmer auf wohin na da wo es grün ist also das ja da wo es grün ist war es bei der grünen ja es war grün dann ist gut ja naja was so ist das stückchen stückchen reisen wir allein aber gerade hier so ein auge bei mir in der mitte was ist das so alarmiert genau ein da habe ich gesehen verstecken kann er sich also nicht so gut wieder auf den gleiter leiter 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 ok bin der goldene reiter ach jetzt dachte ich schon wer hat uns das wieder eingeschrieben immer dasselbe so hier lang genau wir fliegen mal wieder was kann man jemanden einschreiben naja hier genau das du heini ich hab's gemerkt das hier geh weg ok gut weil wir sind schon wieder raus weil du stänkern wollte mehr war es nicht genau richtig du wollte stänkern alter stänker fritze brauchen wir den obwohl können wir ja einfach mal hauen kommen wenn er schon da ist die auch da ja alles gut ok credits hat er naja reicht ja wenn wir die haben das ist schaden genug wirst du mich wieder ärgern hier nicht wollen werden komm her hier gib gleich hier was wir können ja zur zuflucht der gesetzlosen klinge gib gleich ne Respektschelle junge wir können ja gucken wer besser von euch ist so hier ja du hat mich eh gerade äh ins äh dings eingeladen aber da können wir ja dann gleich mal hingehen genau gib gleich ne Respektschelle junge hier gibt es nämlich der du kennt das ja noch gar nicht äh ein äh ein äh sozusagen ein universal äh Schlachtfeld wo wirklich äh auch äh die guten gegen die guten kämpfen können sozusagen also sprich Republik gegen Republik also das ist so ein Bereichsdings äh wenn man da reingeht wird auch gekennzeichnet ähm auch angesagt da kann man wer nicht in der Gruppe ist man kann auch seine wenn man Rep ist kann man auch die Reps dann töten Reps gleich Republikaner ne du ok wusste ich natürlich soll ich vorgehen ja so ich mach das schon genau genau du geht immer immer vor ne dann gehen wir auch hin los ok keine Ahnung hier sind Feigling komm ich hau einfach mal drauf komm 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 na gut das geht schon auch lalalala ja ja wie ruhig auf einmal alle sind konzentrieren sich hier alle ja ja also grad mein ja kannst du machen meine ist ja eh grad meinen Gefährten holen aber irgendwie geht das nicht oder ich bin ja 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 genau wahrscheinlich lalalalalala und hepp und hepp na haben es doch fast geschafft hier aber nur fast jetzt aber ne einer ist noch nur noch einer naja gut ich sammle schon mal auf geist tragen sowas gieriges wir wieder alles haben hier alles will er haben alles seins ich bin ja noch nicht fertig mit dem Ding hier so jetzt dauert ja ganz schön lange so ich springe ich spring wieder rein ja genau lass uns ja ruhig erstmal Munition auffüllen aber oh wir sind nicht im Kampf ist alles gut wir brauchen nicht mitmachen ok hab ich auch alleine ne ich hab ich nicht ich wär jetzt bestimmt gestorben uah nicht alle auf mich gehen geh weg lalalala guck mal ich kann als ich bin ich kann kiten bist du Jäger jawoll ich bin da eine Fähigkeit für den Kommando ich hab grad nie verstanden ist grad ein bisschen laut hier aufblick mal sag mal hier paar leute weg machen ja für den Kommandelsspieler eine Fähigkeit die ist grad für Nahkämpfer sehr sehr gemein ha nennt sich also äh ich hab irgendwie beim Kommandelsspieler aber für die Söldner heißt sie Elektronetz ja ähm und dann wird der Spieler eingeschlossen in unser Netz und wenn er das bewegt kriegt er noch zusätzliche Schaden ja das ist gemein das stimmt aber das ist für mich ich will nicht sofort wieder rein rennen damit ich meine Fährten runter na du genau das ging an dich auch an dich ich renne ich bin sofort wieder rein wer das macht haben wir schon festgestellt so such dir was aus du ja hier hier zwillings und hacken Schützer ja das ist nur einer genau deswegen kleiner Feigling wollte halt nicht mitten reinspringen fumm fumm okay 15 von 40 geht doch voran so hier weiter geht's boah die geben mir ja ganz schön hier aufs Fressbrett feigling Junge jaja hältst halt nix aus nix hältst da aus nix kann er nix kann er lalalala konntest du nicht mal irgendwelche ausschalten ja kann ich immer noch schön muss ich das denn ne keine ahnung und nicht nur ich kann das du macht schon wieder weiter das die waren noch ach so ach so die hatten noch aber ist doch gleich vorbei genau nur noch die beiden da okay gut oh was ist das das ist ähm das ist ein einrichtungsging der stärke ne achso na gut das kann er eh nicht nehmen weil er hat nichts zum einrichten doch bedarf mal mal gucken was ich bekommen ja genau ich ach du hast auf gear gemacht ja ja ich habe auf gear gemacht ich auch du auch auf gear ja ich hab du bist ja nett ja ich bin huch da ist ja noch einer ne der kam gar nicht warum du hättest du doch in einer 17 Euro Festung aufstellen können hätte 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 ne ihr könntet ihr könnt euch ja mal meine Festung einladen ja wollen wir auch mal sehen dann hat die auch 17 Euro gekostet ne ich habe die nachladar Festung da habe ich eh unten den Cantina Bereich da fehlt nur noch der Dings wie heißt es ähm der der Balkon achso ja gut sondern daher ok was können wir naja die könnten wir auch machen genau ach den Furzmeuchel den kenne ich auch den kenne ich auch wollte gerade sagen ein lustiger Name hehehe ist doch wie ein Dorf hier ja jeder kennt jeden ich sag doch Tatooine ist klein geht da sammelt schon wieder jemand mittelschwer ne ist auch nichts für mich leider nicht achso neuerdings kann man das Zeug auch zerlegen was denn zerlegen ja ich konnte die Rüstung jetzt zerlegen oh wir kriegen aber ja gutes Zeug schwere Rüstung das ist auch was für mich ne nö eben und wenn ich jetzt auf zerlegen drücke dann kriegt man glaube ich einen Bauplan oder ne dann kriegt man äh dann kriegt man äh also ich hab zwei Bronzium gekriegt bei dem alten Tink was da äh schlecht war also man kriegt quasi der Einzelteil noch eventuell einen Bauplan vielleicht ich könnte euch auf MK2 äh ihr könntet glaube ich schon MK3 Aufwertungsglitz bauen ja müssten wir bei Gelegenheit mal machen hehehe eins habe ich glaube ich also MK1 habe ich ziemlich viel sag mal wo geht der hier lang ja ich guck gerade bei äh ja wir müssen in die Häuser rein ja ich wollte gerade sagen wir stehen ja nicht umsonst hier ähm ja 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 endlich Gäste wir stehen hier und brauchen schon ewig das erinnert mich an das eine Video mit dem kleinen hier kennst du das oder kennt das jemand nein der äh nen Ball gegen seinen Kopf zu kommen und dann schreit jaaa kennst du das hast schon mal gehört nein nicht? ok schade du guckst aber auch einen Scheiß an das geht das geht nur für Sekunden ja auf jeden auf jeder Facebookseite nicht auf meiner was von sich hält nicht auf deiner muss ich mal posten lustig ne 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 freundlich die Leute ne 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 auf meiner Seite ist das ein jaaa ne ohne Scheiße die wird lustig jetzt gehe ich auch immer auf Bedarf mhm kleiner Boden boah nehme ich auch mal Bedarf oh ich habe es sogar bekommen und was kann ich jetzt damit machen kann ich mir schenken hihihi ach jetzt habe ich eine achso hab ich meine Festung einbaut ne ich habe keine kannst du meine Festung einrichten kann man das echt? ne kann man nicht wenn du mir festig machen diese lassen kann das nicht ich so schade jaaa find ich auch schade jaaaa ok gut dann da ich nicht handeln kann ist das nicht ne wie gesagt verfallen Na jetzt geht es eh nicht mehr, wenn du es aktiviert hast. Warum vorher? Ich kann ja auch nicht handeln. So, so, lala. Komm, Pirate, fall um. Oh ja, ne Planeten. Hui, fein. Ja, ja, ja. Aber, der macht nix. Ich hab das, ich hab das sogar schon mal bekommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier erstmal ne kleine Pause oder was meint ihr. Ihr meint ja. Also dann Leute bis zum nächsten Mal. Tschööööö. Also, ciao bis zum nix.